Hallo und herzlichen Willkommen zu einer kräftigen, saftigen Folge Minecraft End. Lässt ein Abo da und vergisst nicht die Geilo-Milo-Glocke zu aktivieren. Die Geilo-Milo-Glocke, alles klar. Du bist auch so ne Geilo-Milo-Glocke. Gloggen. Wusste ich ja, ne? Ich bin immer nur so eine Geilo-Milo-Glocke. Naja. Geilo-Milo-Schmeilo, da geht's sicher. Also wir haben noch zwölf Eisen, ne? Geile. Ich will mein Holz wieder haben. Ja, da ist auch ein Holz von mir drum. Ne, das ist mein Holz. Dreckskies, ey. Nimm mal diese Kistschwelle, dass ich immer mitten im Weg reinhau. Ist so. Boah, dann guck ich auch gar nicht mehr. Ich guck wenigstens YouTube, guck ich noch Kau. Ich guck auch noch Kronk. Ich kann mich von einem anderen irgendwie nicht mal so unterhalten. Ich weiß nicht. Da oben steht ein Kripper. Ein Kripper. Da oben wäre noch ne Hülle. Ein Lauch. Spargel. Nee, egal. Dasselbe du Lauch. Das ist ja Kohle. Wir sind da mehr. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich kann nicht singen. Na, 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 na. Äh, flütziges Eisen? Äh? Wir haben auch Spaß. Boah, scheiße, der Huhn ist auch schon wieder. Komm, ne. Warum ist hier so viel Eis? Äh, so viel Eisen, genau. Ich finde hier so viel Kohle, Alter. Mensch auch. Ich würde diese Kohle, die ich hier finde, hätte ich. In echt nur irgendwie so achtstellig oder so. Achtstellig. Ja. So sieben, so achtundvierzig mit acht Nullen oder so. Mit acht Nullen, nicht. Zweiundfünfzig Millionen Kohle. Wir brauchen noch eine Erzkiste. Wir brauchen sogar noch einen Keller. Wir brauchen alles. Ja, das ist... Ein Keller im Sand bauen ist ein bisschen... Ich weiß nicht. Wir können ja... Wir können ja ein Lager bauen. Ein Lager? Auf dem Bärsch, okay? Wo bist du lang, mein Freund? Cool, ach, du bist da oben lang. Bruchstein. Ich gebe dir gleich Bruchsteine, Alter. Dort nennt sich Cobblestone, eh. Die hätten manches einfach nicht übersetzen dürfen. So wie Bruchstein. Was das? Weil dieses Kohle... Kohle lasse ich jetzt einfach liegen. Ja, auch kein Bock mehr auf Kohle. Zu viel. Brauch noch ein bisschen Eisen mit. Hallo. Oh ne, der Nigger schon wieder. Boah, bei der lade ich nämlich einfach... Erschlüch. Erschlüch. Ey, du Erschlüch. Warte, da oben war noch ein Tunnel. Noch ein. Da wollte ich nur nicht rein, wegen Gripper. Gripper? Grepper. Wegen Greta. Wegen Kriposatzi. Kriposatzi. Boom. Der jetzt mir auf der Schnurz kam. Wow, sehr viel. Wir können wieder gehen. Krass. Heftig. Jabba-dabba-doo. War ja sehr viel zu sehen. Ja. Vor allem, wer im Gefühl keine Themen zum Ansprechen will. Keine Ahnung. Alle Menschen sich nur wegen Corona reden. Eisen. Ja. Was, wenn er sammelt, ist doch noch auf. Ja, du hast vor allem ein Kohle aufgesammelt. Deswegen sammle ich jetzt ein Eisen auf. Aua. Alter, Gewalt. Gewalt gegen Minderjährige. Joi, bist du es? Nee. Ah! Anschlag! Anschlag auf Minderjährige hier. Ich bin fast zwölf, weißt du. Mach mal Lava zu da, bevor das Eisen da reinfällt. Da ne, fällt eh. Boah. Der Kiesel mich umbringen in diesem Game. Ich weiß auch nicht. Und das Gold ist auch mal das Gold. Oh je. Voll der Gold, Digga. Noch mehr Gold. Und noch mehr. Hallo, Mama. Hilfe. Komm mal nicht raus, Mama. Voll der Gold, Digga. Stürzt dich immer voll auf das Gold. Lapis. Lapisse. Scheiß auf Fackeln, Alter. Man sieht so gut. Okay. Gold! Wenn man kann man doch ein bisschen höher drehen, dann sieht man auch komplett alles. Nee, kann back auf Kohle, Alter. Warte mal kurz, was will ich jetzt kurz testen? Ich glaube, ich bin sowieso auf Maximum. Keine Ahnung, ich weiß nicht. War das nochmal bei Spiel oder so? Nee. Grafik war das, glaube ich. Grafik, erste Person, Begeneration, Sichtfeld. Okay. Deckkraft, Horizontal, Bildschirm. Helligkeit, ja, ich bin schon auf 100, das ist jetzt ganz oben. Ich sehe alles. Nee, Helligkeit ist mir über 50. Gold! Noch mehr Gold! Und noch mehr! So. Geil. Oh, gar nichts. Na aufzug. Ey. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Meins. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Ist ok. Kohle! Brauch ich nicht. Nix. Asiatenkammer ist es. Asiatenkammer? Ne, Asiatenkammer? Corona? It's, it's Corona time. It's Corona time! Ähm, Hilfe, ich hätte eh nen Block drin, aber... Kalt, egal. Ich wollte mich einfach umbringen, der Mörder. Ich hab's alle gesehen, ich hab ne Aufnahme davon. Dieser Mörder. Dem würdest du gar nicht tun, dass der Kinder ist. Achja. Oh, ich höll Lava. Ich hab jetzt nichts, was hinter dem Lava... hinter dem scheiß Eisen Lava ist. Ich hab Eisen gefunden, neben Lava. Neben einem fucking Lama. Lama! Ne, neben Lama. Lama geht ja auch Witz hin, so. Eisen! Meins! Nein! Wie die Aas, geil. Redstone! Unnötig. Ihhh. Rotstein, Alter. Was ein Trick. Weißt du, die übersetzen alles, nur Redstone übersetzen die nicht, weißt du? Was wird das für den Namen, Alter? Und tschüss! Da geh ich nicht lang. Warum? Guck halt nach. Uiuiui! Ah, die Skelette töten sich. Und vor allem ist die drüben Gold. Die Skelette töten sich gegenseitig. Kein Problem. Kann den hier nicht abbauen, ich hab keine Eisenspitzhacke. Aber hier ist Eisen. Hohohoho, Eisen. Das ist noch was Schlimmes, wenn wir mal die erfinden wollen. Hm. Ich bin schon beim zweiten Stack, was mir jetzt, was ich mir jetzt erfahren hier. Ich glaube, er war ja wohl nicht da. Schicke Blasensäulen. Alles klar. Schöne Blätter. Autospeicher, Symbolansäulen, Rahmenauswahl, Spielernamen im Spiel. Was zum Teufel. 32 Chunks. Audio. Audio. Howdy. Hm, warte mal. Na, ich warte, ich muss kurz dieses scheiß Wasser hier abstellen. Du weißt ja, die Wasserkosten hier sind seit neuestem richtig hoch. Naja. Du hast die Koordinaten im Spiel immer für die Spiele ausgestellt, kann das sein. Da werden nämlich oben links immer Koordinaten dran stehen. Aber ich glaub, die hast du ausgestellt, ne? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Das ist noch ein Scheiß, das ist noch ein Scheiß, das ist noch ein Scheiß. Alter, zwei Spinnen und ein Skelett. Und ein Skelett. Verbrenn mich hier nicht. Boah, mit dem ganzen Eisen, was ich mir rumtrag. Hm. Aua. Hier ist nix. Hab ich die Lava mit Eisen zugebaut? Maybe. Bin ich doch? Alter, ich dachte grad, ich schaff den Sprung nicht, Alter. Das wäre fatal gewesen. Ey, wo ist der Scheiß Wasser lag? Ey. I don't check anything. Wo ist der Scheiß Wasserscham? Da? Alter. Alter. Das ist mal ein Lopi durch. Ah, hier ist nix. Koch. Da ist Gold. Gold. Juckt mich nicht mehr. Waaaah. Du hast Lava. Irgendwo. Also gar nicht mehr wenig Gold. Ja, dann hast du noch was zum Knabbern dabei. Ja, aber nicht viel. Dann gib mal was ab hier. Wir müssen uns merken, wo wir herkamen. Hier. Ja. Also ich hab hier Gold. Wer komm, komm, komm. Komm. Komm, komm. Wie kommen wir die Koordinaten einstellen? Kann ich glaub ich am Anfang, bevor du den Server gestartet hast. Wieso die mehr? Ah, ich hab keine Spitzhacke mehr. Kann ich mir selbst eine Werkbank bauen hier? Sind jetzt die Gerüchten bei dir an? Ja, jetzt sind sie an. Es sind elf. Ja, dürfte Diamantenhöhe sein. Ich bin hier auf zwölf. Diamantenhöhe ist sechs mittlerweile. Glaube ich. Achso, die haben es wieder geändert, diese Säcke. Kommst du mal hier runter? Moment. Mit dem scheiß Wasserschaden, hier konnte auch keiner durchgehen, ne? Normaal. Eis, Eis, Baby. Ah. Musste sein. Eis, Baby. Ah. Ah. Ich hab' einen Schaden. Ich kenn' die Blöcke nicht abbauen, ich hab' keine Spitzsache. Ich würd' ja gern, aber... Kann ich halt nicht, ne? Dreh mal nicht... Dreh mal nicht. Oh, unser Koks, Kokain. Ne Werkbank. Beides, ich bin Michaliker. Ah. 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 aber ich hab das nicht mal mit absicht getan ich wusste es nicht mal ich brüch ne werkbank der hat kokain du hast kokain intus jungen boah jetzt macht er meinen ofen wieder voll hier das komische ding hier ja ohne eisen kann ich mir keine spitzsack bauen dankeschön ich glaube uns geht er uns geht er bald das holz raus digga ich hab noch ein steck dabei ok dann ist gut noch ein bisschen jolt mitgebracht bisschen jolt, bisschen jolt da nehmen wir mal das schöne schwert hier hier bitteschön schenke ich dir da die schaufel kann ich nicht wegwerfen man braucht hier schon eine schaufel sagt er jetzt und braucht sie auch noch nicht ich sie es kommen ah ja ich brauch was zum knabbern ach so ich guck dich so ne halbe stunde an so ach so irgendwas braucht er doch irgendwas er hat zwar gerade gesagt aber ich weiß trotzdem wie ich was er will haben sie das verstanden ja dann ist ja gut ok kann es sein dass du dumm bist ja vielleicht ich bin da im kopf drin was wird das eigentlich was wird das eigentlich ah definitiv definitiv koks definitiv definitiv nicht war gar nicht laut war gar nicht nah am mikro dran oder so nein das werden die bestimmt war gar nicht durch alter das werden die bestimmt nicht laut hören äh eine eine minute 20 ah du kannst warten worden worden bis zu sein fällig ich hier digger alter also ich weiß überhaupt nicht was ich ganz ehrlich für den scheiß Effekt hab tja digger nee ich hab grad Bock mehr zu warten lass weiter gehen er geht rasten was ist das eisen hier liegen lassen mein freund Kollege Kollege Pommes das sie sind Kollege Dönermann wie redest du mit dem Dönermann 30 Sekunden noch diamanten glaube ich dir nicht dias ich komm zu den dias papa ja ey der ist voll laut in meinem Kopf drin ey da klingt wie so ein kleiner mach mir dias ja da klingt wie so ein kleiner wie die rein schreit geil also fünf Stück Brudi fünf Stück ja die Folge ist auch vorbei das ist gut ab dass wir die Folge oder ja diamanten tschüss tschüss ihr nubs alter voll die nubs tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.